ja freunde willkommen bei einer neuen folge von gita 5 online und diesmal offroad rennen das gefällt mir doch schon mal sehr gut wir nutzen die nutzen wir nehmen definitiv diesen audi weil ich hab da ehrlich gesagt sehr gut erfahrung das ist auch eine kranke scheiße 33 sekunden aber noch zeit trifft tamper was hat deine für werte ein bisschen bessere beschleunigung aber wir nehmen den audi weil wie gesagt wir hatten schon mal richtig gute erfahrungen mit dem audi ich kann mich an ein rennen erinnern da haben wir echt ziemlich gut alle in grund und bogen gefahren werden nix wetten bei gita 5 online die sind so bescheuert gewonnen sechs verloren sieben ich weiß nicht was das heißt wann wir gewonnen haben müssen wir echt erster werden damit wir gewinnen die haben hier voll die straßenrennen ich hoffe aber ich habe wieder das falsche auto genommen die zeigen hier voll nach straßenrennen und ich nehme mir sonst das ist voll verarscht aber schleunung geht das schon mal gut ab zwei runden what the fuck sind die irgendwie behindert ja ich war klar dass ich wieder daneben fliege das war wieder so klar freunde warum die auch immer so bremsen geistgestört wirklich ohne scheiß wieso kann ich nicht nach hinten gucken verdammt normale was soll das hallo was ist das für eine grafik hier what the fuck what the fuck ich blick hier nicht mehr durch ich blick hier nicht mehr durch bei dem rennen fünfzehnter wow nicht schlecht springt er direkt neben mich mama mia haben wir wieder das ganze rennen hier verkackt nur wir am anfang irgendwie runtergeschmissen werden das kann es doch nicht sein dass sie immer so krass das rennen direkt zerstören ja wir holen noch mal ein bisschen auf immerhin solange wir nicht irgendwie wieder selbstmord kriegen wie in der letzten folge so das fahrerste können von uns hilft ein bisschen was rauszuholen aber wie gesagt erster wären wir definitiv heute nicht mehr so ein bisschen aufpassen guck mal wie weit wie viel der höher springt das krass der audi ist richtig cool voll stylisch schade dass wir nicht irgendwie runterschubsen konnten machen die wichser ja auch alle mit einem ich weiß gar nicht ob sich das ding dann verändert wow da ist das ziel was macht er denn so saltos bringt ihm das irgendwas außer dass er irgendwie so komisch gelandet ist mit seinem komischen auto aber er ist schneller auf der geraden ihr seht es ja selbst so den haben wir jetzt voll geschubst sie das gesehen der kann aber sich noch abfangen jetzt ist ein sack indianer jones herr sind zehnter mittlerweile wow so können wir irgendwie die dinger hier umschubsen damit die mal ein bisschen schwerer haben scheint nicht so zu sein das ding beschleunigt auf einmal wenn man da irgendwie in die seite fährt das ist unglaublich und der fährt erstmal unten her aber anscheinend kann man auch herfahren aha interessant wollt ihr mich irgendwie verarschen hört oh mein gott das habe ich glück gehabt dass ich auf jeden fall gerade schön rückwärts fahren konnte ich werde mich verarschen was ist das denn für ein kleiner bastard der da von rechts kam anscheinend beschleunigt das ding viel krasser wenn man hier um die kurven fährt aber ich fahre jetzt mal voll dagegen wieder voll mega fehler von mir oh man der hat auch ich wollte gerade sagen er hat so glück aber nein das überspringt uns einer so wir fahren hier mal voll am limit hier nutzen sogar die kerbs hier links und rechts oh wie kann man sich dann so drehen da ist schon das ziel aber werden erstmal hier schön auf der seite drauf kommen und dann haben wir nicht genug pace wahrscheinlich für die gerade aber achter platz immerhin haha schade da wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen wenn wir nicht am anfang irgendwie runtergefallen wären aber nein das können wir uns nicht aussuchen wie ihr gesehen habt fahren wir erstmal fast letzter glaube ich und dann mussten wir uns jetzt noch ein bisschen durchs feld kämpfen aber immerhin haben wir ein bisschen was geschafft ein bisschen die haben auch viel krass kaputt die autos teilweise sind so achte achte freunde achte wir machen noch ein rennen in dieser folge jetzt war ein bisschen ordentlich cash verdient und sind fast level 12 fast level 12 freunde oh mein gott was für eine tolle geste ich bin beeindruckt I'm impressed so die gefällt mir ganz gut kann man so gut abstimmen kriegen wir so noch 50 erfahrungspunkte fürs bewerten natürlich bewertet dann einfach jeder aber die meisten bewerten dann einfach einfach ich glaube denke ich mal gut einfach so boah das gefällt mir hier standturbine standturbine ja spannend wo wir gleich landen beziehungsweise ich glaube wir landen da eh wo was wir ausgewählt haben bin mir aber dann sinds nicht sicher grand theft auto online powerplay was ist das denn jetzt hier für ein powerplay modus so da wären wir aber es geht immer relativ flott das finde ich eigentlich sehr gut weil da müssen wir nicht so lange warten auf irgendwelche leute die dann ewig lange brauchen zum spawnen und spawnen sag ich schon zum join wenn man dann irgendwie geht ja online mit waffen rumläuft also nicht diese komischen rennen hier macht dann braucht das echt teilweise deutlich länger und wir fahren anscheinend nochmal diese blöde strecke ich verstehe nicht warum wir die wieder fahren also letztes mal hat glaube ich der typ mit diesem auto gewonnen etri ich meine der hat das auto gehabt deswegen nehmen wir den mal und bestätigen mal ist glaube ich gar nicht so lange her nein ich will nicht wir sind einfach bereit zum spiel und dann gehts direkt los gewonnen 92 scheint ein guter fahrer zu sein wo ich wie gesagt nicht weiß was gewonnen heißt und was verloren heißt mal jetzt eine andere karre warum gesprengt die wasser am anfang erstmal stehen geblieben haha na geht aber nicht so gut auf den geraden wow ey das kommt davon wenn man da hinten guckt ich hab das immer das gefühl ich hab immer das falsche auto ey immer und immer wieder ey so dass sie uns jetzt durchgereicht haben auf den letzten platz schaut euch das mal an warum haben wir immer die falschen autos ich verstehe das nicht ey das ist doch zum kotzen ey warum fahren nicht einfach alle mit dem selben auto ja wäre das direkt viel einfacher und das auto ist richtig falsch oh mein gott das auto ist das bleibt verstehen freunde oh mein gott das wird das wird nicht besser als der zehnte platz ey ohne scheiß jetzt guckt euch das doch mal an das auto ey das ist ja unglaublich ja ich beschwere mich voll übers auto aber das ist echt ein witz was das auto leistet wow okay kleiner bastard ey verdammter hurenbock ey das blöde ist wenn man hier einen sehr leicht berührt dann ist er dann fliegt man immer direkt raus ey ich schaff nicht mehr den jump ey oder doch ganz knapp geschafft ey aber auch nur echt ganz ganz knapp 10. platz wenn wir besser als 10. platz sind dann ist das echt zu verdanken die dummheit der anderen ey ohne scheiß und nicht weil das auto so gut ist man das auto ist so dreckig leute da war mein altes auto auf jeden fall auf dieser strecke viel viel besser hier geht gar nix gar nix ich beschleunige aber das auto ist als ob da ich weiß nicht als ob ich mit einem Rollo Auto durch die Gegend fahren würde das ist doch dreckig richtig dreckig ist das freunde ich komme hier kaum im berg hoch ey oh mein gott das ist doch mies ey das ist doch mies ich meine in kurven ist ja verdammt gut aber die strecke ist nicht so kurvenreich dass wir hier irgendwie super viele kurven haben wow ich hab schon kommen sehen ey man ey warum ist das so ey ist der nicht irgendwie falsch abgebogen der typ jetzt hab ich keinen spoiler mehr jetzt geht gar nix mehr obwohl das auto auch so glaube ich scheiße ist ob jetzt mit oder ohne spoiler wow ok ein bisschen grinden ist auch gut neunter pah das auto ist einfach echt viel zu schlecht freunde guckt euch das mal an schaltet der grad den ersten oder was macht der da da hinten ist das ziel ey ja jetzt geht der auf einmal ab wo da was ohne spoiler jetzt wo da kein luftwiderstand mehr hatte das aha ja das ist tatsächlich der neunte platz für uns den davor kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr wow das war noch knapp aber trotzdem neunter platz glaube ich den achten haben wir leider nicht mehr geschafft der ist schade macht nix ist mir eigentlich egal es soll einfach der spaß im vordergrund stehen aber das ist natürlich dann ärgerlich wenn man dann so ja so scheiß autos hat in dem sinne und ich bin mal gespannt was das jetzt für ein auto ist beim ersten platz ich bin gespannt neunter tatsächlich haben wir den achten platz doch nicht geschafft schade 51 691 vielleicht können wir nochmal die zeit vom achten sehen na ich bin immer im barang 12 wow na der hat doch ungefähr dasselbe auto wie wir nur halt voll getunt wahrscheinlich eigene autos oder sowas ich vermute es mal äh da der hat 650 und wir haben 691 also was ja motoraubenlänge denke ich mal vermute ich jetzt mal ja freunde auf jeden fall danke fürs zuschauen wir sehen uns auf jeden fall irgendwann mal in der nächsten folge von GTA 5 online g 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 Untertitelung des ZDF, 2020